Hallo Leute, ich melde mich heute mal aus meinem alten Kinderzimmer, weil ich über die Osterfeiertage bei meinen Eltern zu Hause bin. Und ich dachte, ich mache heute mal ein Labervideo über etwas, das mich in den letzten Tagen sehr betroffen gemacht hat, weil ich es mir irgendwie angewöhnt habe, dass immer wenn mich irgendwas ziemlich trifft oder beschäftigt, ich ein Video mache und das irgendwie mit euch teile. Keine Ahnung, das ist irgendwie so mein Coping-Mechanismus. Ich habe das das letzte Mal gemacht, als Chester Bennington gestorben ist und ja, jetzt ist wieder etwas passiert, wo ich einfach das Bedürfnis habe, etwas dazu zu sagen. Am vergangenen Montag hat es in der Kathedrale Notre-Dame in Paris gebrannt. Und zwar nicht einfach nur gebrannt, sondern es kam wirklich zu einer gewaltigen Zerstörung der Kathedrale. Das komplette Dach ist hin und einer der Türme ist eingestürzt. Ich war am Montagabend gerade auf dem Heimweg von einem Peergroup-Treffen, als meine Mom mir eine Nachricht schickt, dass eben Notre-Dame in Flammen steht. Und für mich war das einfach ein kompletter Schock. Ich war vergangenes Jahr zu Ostern mit meiner Familie in Paris in Notre-Dame. Das war ironischerweise genau am Montag der Osterwoche letztes Jahr. Und genau am Montag der Osterwoche dieses Jahr ist eben das jetzt passiert. Mich hat das einfach wirklich sehr, sehr getroffen. Und man hat auch gemerkt, am nächsten Tag, alle Leute, mit denen ich darüber geredet habe, waren total schockiert. Wir haben in der Arbeit eigentlich am nächsten Tag über kaum etwas anderes geredet. Es kam immer wieder das Thema auf Notre-Dame. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Es gibt sicher viele Leute da draußen, die sagen, hey, das ist komplett bescheuert. Das ist nur ein Gebäude. Es ist niemand gestorben. Man kann es wieder aufbauen. Und warum regt man sich da so auf? Die Sache ist halt die, ich habe durch mein Aufwachsen wahrscheinlich und durch meine Erziehung eine sehr eigene Beziehung zu historischen Orten entwickelt. Meine Eltern haben uns schon als Kleinkinder in jedes Museum mitgenommen, zu jedem historischen Ort irgendwie mitgenommen, Stadtbesichtigungen gemacht und uns immer erzählt, hey, da und da ist das und das passiert. Und uns halt genau erklärt, warum diese Orte so wichtig sind. Und ich habe dann schon als Kleinkind einfach dieses Gefühl geliebt, an einem Ort zu sein, der einfach in der Geschichte der Menschheit eine wichtige Rolle gespielt hat. Einfach da zu stehen und diese Atmosphäre irgendwie aufzusaugen und mir vorzustellen, wow, ich stehe jetzt genau da, wo vor tausend Jahren diese und jene Schlacht war oder dieser und jener König gekrönt wurde und so weiter. Notre-Dame ist genauso ein Ort, der wahnsinnig geschichtsträchtig ist. Die Kathedrale geht auf das 12. Jahrhundert zurück. Das heißt, die ist fast 900 Jahre alt und Teile der Kathedrale, die jetzt abgebrannt sind, waren tatsächlich an die 900 Jahre alt. Das ist dann etwas anderes, ob jetzt ein Gebäude, das irgendwie in den 70er, 80er Jahren gebaut wurde, abbrennt oder ob da Handwerkskunst aus dem Mittelalter abbrennt, die sich über Jahrhunderte erhalten hat und wirklich noch original ist. Weil bei den meisten Kirchen in Europa ist es ja mittlerweile so, dass das sowieso nur mehr Repliken des Originals sind, weil durch Kriege, Brandschäden und so weiter einfach schon so viel zerstört wurde. Und Notre-Dame war halt eine der, wurde auch zerstört, aber war eine der Kathedralen, wo wirklich noch viel Original erhalten war. Das ist einfach etwas Einmaliges. Man kann diese Kirche jetzt zwar wieder aufbauen, du kannst sie mit heutigen Mitteln kopieren, aber das Original ist einfach weg und das war etwas absolut Einzigartiges, Unwiederbringliches und es schmerzt mich wirklich jedes Mal, wenn irgendwie solche Dinge verloren gehen. Was mich noch mit Notre-Dame verbindet, ist meine Liebe zu Victor Hugo, dem Autor des Buchs Der Glöckner von Notre-Dame, der auch Les Miserables geschrieben hat, eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Durch seine Beschreibungen wurde Notre-Dame eigentlich erst so berühmt, wie es jetzt war. Es ist ein Wahrzeichen, es ist ein wichtiger Teil Europas und auch der Geschichte Europas. Man hat es ja gemerkt an den Reaktionen zu Notre-Dame, dass das einfach viele Leute in ihrer europäischen Identität auch getroffen hat, weil es sehr viel repräsentiert. Es repräsentiert unsere Geschichte, es repräsentiert, wer wir als Europäer sind und es ist einfach ein Symbol. Und ja, es ist eine Kirche. Ich bin nicht Christ. Ich gehöre keine Religion an. Ich persönlich glaube auch nicht an Gott. Ich respektiere jeden, der das tut. Jeder soll seine Religion leben. Ich glaube nicht daran und ich hänge nicht an dieser Kirche, weil es ein religiöser Bau ist, sondern weil es einfach Geschichte ist. Und es ist irgendwie krass in der Welt der Globalisierung, wenn in Frankreich eine Kirche brennt, bist du hier in Österreich live dabei, während es brennt und fieberst mit und hoffst, dass die Einsatzkräfte das irgendwie noch retten können. Um 22 Uhr hieß es dann, sie sind sich nicht sicher, ob sie die Kathedrale überhaupt noch retten können und dass das Risiko besteht, dass die wirklich bis auf den Grund komplett abbrennt und nichts davon übrig bleibt. Und ich habe dann wirklich die halbe Nacht da mitgefiebert, bis irgendwann so nach Mitternacht dann die Entwarnung kam, dass zumindest die berühmte Westfassade mit den zwei ikonischen Türmen, den Glockentürmen, gerettet war. Ich hatte Herzrasen. Es kann nicht sein, dass dieser Kunstschatz und diese Geschichte, die dieser Bau einfach in sich trägt, für immer vom Erdboden verschwindet. Das mag vielleicht nicht jeder so sehen, aber für mich, wenn diese Kathedrale komplett niedergebrannt wäre, das wäre für mich eine massive emotionale Katastrophe gewesen. Und vielleicht ist das verrückt, aber ich glaube, dass es sehr vielen Leuten so geht. Und ich muss sagen, ich bin wahnsinnig froh, dass ich diese Kathedrale noch gesehen habe, so wie sie war. Sie wird wieder aufgebaut, aber es wird natürlich nicht mehr das Original sein. Und es ist ziemlich krass, einfach genau ein Jahr bevor das passiert ist, dort gewesen zu sein. Ich habe jetzt auf meinem Computer ein paar alte Bilder rausgesucht, die ich jetzt einfach mit euch mal gern teilen würde, weil das einfach ein absolut beeindruckendes Erlebnis war und ich wirklich, wirklich froh bin, dass ich es noch gesehen habe. Ja, das sind jetzt eben die Bilder, die ich letztes Jahr bei unserem Paris-Urlaub gemacht habe. Man sieht hier auch eben noch das Dach, das jetzt komplett weg ist. Die gotische Rosette, die große, wurde Gott sei Dank erhalten, genauso wie die Westfassade mit den Glockentürmen. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, wirklich auf mehreren Ebenen wahnsinniges Glück gehabt zu haben. Erstens haben wir wirklich schon mehrere Jahre geplant, mal nach Paris zu fahren. Es kam immer wieder was dazwischen. Und dann ging es sich wirklich gerade noch aus, ein Jahr vor diesem Brand jetzt, dass wir es doch noch gesehen haben. Und auf einer weiteren Ebene hatten wir Glück, dass wir im Zuge unserer Stadtführung tatsächlich auch ins Innere reingekommen sind, weil wenn man da ohne Führung rein will, steht man wirklich stundenlang. Ja, hier sieht man eben auch die Decke, die jetzt teilweise eingestürzt ist, diese wirklich berühmte gotische Decke und auch natürlich die Fenster, um die ich ehrlich gesagt am meisten gebangt hatte, dass denen was passiert. Gott sei Dank ist da nichts passiert, soweit man bis jetzt sagen kann. Also diese Rosetten wirklich mehrere Jahrhunderte alt und so kunstvoll gestaltet, dass man die nie wieder wirklich in der Art reproduzieren könnte. Einfach auch die Tatsache, dass das alles bis heute erhalten ist, ist schon ein Wunder. Von dem her wäre das wirklich ein unschätzbarer Verlust gewesen. Auch diese ganzen Verzierungen und Kunstschätze, die da einfach drin sind. Also das ist ja wirklich ein lebendes Museum mit diesen, man sieht es auch hier, diesen verzierten Decken und kunstvoll ausgearbeitet natürlich. Hier nochmal von außen. Also das ist wirklich ein einmaliges Beispiel für gotische Kirchenbaukunst. Die kleinere Rosette da oben jetzt im Bild, die wurde leider jetzt beim Brand zerstört, aber zumindest die großen wurden Gott sei Dank erhalten. Und ja, das war wirklich, wirklich ein beeindruckender Besuch dieser Kathedrale damals. Immanuel Macron hat ja jetzt versprochen, dass er die Kirche innerhalb von fünf Jahren wieder aufbauen lassen wird. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass das wirklich sich ausgehen wird, weil ich davon ausgehe, dass ein Bauwerk, das dieses Alter hat und in dem Maß beschädigt ist, wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte brauchen wird, bis das in einem vertretbaren Zustand wiederhergestellt ist. Und man muss ja auch bedenken, dass es immer noch ein Risiko gibt, dass Teile des Gemäuers einfach einstürzen, weil sie durch den Brand beschädigt wurden und auch wenn sie jetzt noch stehen, dann vielleicht durch irgendeine Kleinigkeit auch zum Einsturz gebracht werden können. Ich hoffe einfach, dass das in einer Art und Weise wieder aufgebaut wird, die respektvoll ist, diesem Gebäude gegenüber und die auch dann wirklich dem Original wieder nahe kommt. und hoffe, dass ich das zu Lebzeiten nochmal in einer vollständigen Version sehen werde können und auch das für nachfolgende Generationen erhalten bleiben wird. Ja, das war einfach mal meine Emotion dazu. Man könnte jetzt noch vieles dazu sagen. Es gibt gerade total viel Chaos im Internet, wo Leute hetzen, dass es Brandstiftung war, wo Leute sich aufregen, dass tatsächlich Leute jetzt für den Wiederaufbau spenden, während in der dritten Welt Leute verhungern. Ob das jetzt wirklich so wichtig ist, für ein Gebäude zu spenden. Da gibt es ganz viele Debatten gerade, die irgendwie mit diesem Brand zu tun haben. Wenn ich auf die jetzt alle eingehen würde, müsste ich noch fünf weitere Videos machen und ich bezweifle, dass ihr darauf wirklich Bock habt. Aber das war einfach mal so das Wichtigste für mich, mal meine Emotionen irgendwie zu teilen. Wenn ihr dazu irgendwas zu sagen habt, irgendeine Meinung habt, könnt ihr mir die gerne in den Kommentaren dalassen. Und ja, wir sehen uns demnächst wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.